Güstrow erleben. Gewohnt anders. Mit der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Zwei Tage lang ist Güstrow Gastgeber für die Kreismeisterschaft im Voltigieren. Am 10. und 11. Juni werden verschiedene Voltigierprüfungen abgenommen. Daneben werden die Besten nach der Wettbewerbsordnung für den Breitensport ermittelt. Zwei Tage lang kann also Kunst auf dem Pferd bestaunt werden. Ein Kindermusical von der Stillung des Sturms können Groß und Klein am 11. Juni um 10 Uhr in der Güstrower Pfarrkirche in einem Familiengottesdienst erleben. Der Kinderchor bereitet sich schon seit März darauf vor. Wie in den vergangenen Jahren unterstützt der Warnemünder Kinderchor die Güstrower. Nach zwei kleinen Probeläufen ist zum ersten Mal auf der Grünfläche vor dem Seniorenheim am KMG-Klinikum ein Kunsthandwerkermarkt geplant. Kunsthandwerker werden sich dort präsentieren. Karl Friedrich Jarchow nimmt bei Interesse von Kunsthandwerkern für einen eigenen Stand Anmeldungen entgegen. Es wird auch einen Kuchenbazar geben, sodass einem gemütlichen Kaffeetrinken nichts mehr im Wege steht. Erlieben Sie Güstrow! Mit freundlicher Unterstützung der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Informationen zur WGG erhalten Sie unter 03843 7500 oder auf www.wgg-gestrow.de Untertitelung des ZDF für funk, 2017